So, jetzt geht es wieder weiter mit Unser Rattenspielchen Aber Playstation 5 Wir wollen hier zuerst alles looten Stoffe kriegen wir hier auch wieder Ich sollte bei Ugo bleiben Ugo wartet auf mich, ich sollte lieber gehen Aber ist eigentlich schön Also so schön Habe ich mir das irgendwie vorgestellt Ich sollte bei Ugo bleiben Können wir aber irgendwas Können wir irgendwas später machen? Off! Ja das wäre geil Und dann können wir maximal ausrüsten Wir müssen diese Strommatratzen zusammenflicken Ja, aber Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt Hoffentlich keine Prophezeiung Ich Ich Kornografie Die Alchemie Fasziniert Wissenschaft und inspiriert Künstler Das Wiederkennensymbol des Löwen Der die Sonne verschlingt Es als Anspielung auf Alchemistische Auflösung zu deuten Durch den Einsatz dieser Verfahren Bei den Vit 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 Vitryol Schwefel versetzt werden Grobe Substanzen Und edeligen Substanzen getrennt werden Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Oh, manchmal bin ich echt zu dumm für die Welt. Oh, ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldige die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Reboot. Warte mal, wenn wir es so gut in der Hand haben, können wir theoretisch wieder hochgehen. Okay. Warte. Kommen Sie mit? Nee. Er kommt leider nicht mit. Immer diese Meta-Bandenwende. Und ich und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Ugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das muss es sein. Hm. Hier. Wir sind los. Tschüss. Wer ist die Flosanze? Chse. podr ist mit der Flosanze. Hier. Wer ist die Flosanze? Vielleicht wo sie mich an. Geräusche. Wo siehst du dir? Ja. Er ist das tot. Hier, sonst noch was? Ähm, ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Igitt. Na dann. Ops, auch in der Tasche packen. Ja, gut. Und dann wieder raus. Jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Äh, das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder, Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Lorenzius. Vielleicht. Ah, jetzt kommen wir da hoch. Hast du eigentlich Mellie gesehen? Nein. Ähm, vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Alchemistischen Schmerzziegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten. Diese steinernah behältenden Wälder widersteht auch den härtesten Bedingungen, extreme hohe Temperaturen, Säure, ohne Schaden zu nehmen. Während das gesamte alchemistische Prozess ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angeschränkten Vollendung des großen Werkes. Hallo! Komm, Amicia, mach mit! Ah! Ah! Leder, 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 Leder. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Okay, Leder und Alohol. Nee. Stoffe. Und Kristalle. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia! Und wegen Ugo... Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Das glaub ich dir. Geh nicht ohne Liebe wohlzusagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte! Ja, Ugo. Was hast du gefunden? Handbuch der Vogelsprache. Oder Lyrik vielleicht? Ein Buch der Vogelsprache. Da ihre Arbeit von der Mehrheit als finsternes und gefährlich angesehen wird, geben sich Amisten große Mühe, ihr Werk zu verschlüsseln. Seit der Antike machen sie sich daher diese Vogelsprache zunutze. Auf diese Metapheren, Wortspiele und Klänge, sowie mit mystischen Buchstamensymbolen beruhigt, ihre wahre Bedeutung geben diese Texte nur eingeweihte Preis. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir, komm mit. Ich folge dir. Zeichnung? Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. 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 Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja. Die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt, in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut. Ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drinnen, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo? Es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge. Ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück. Ach ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Ja. Willst du uns nicht was geben? Oder haben wir jetzt schon alles eigentlich gesammelt? So. Was sieht so aus? Was wir alles gesammelt haben? Im Schatten des Waldes. Abittel 9. Erste Regel zum Überleben. Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch. Da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn bekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Gehen wir. Dein Einsatz, Mellie. Ja. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte. Mach schon. Hab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Na die Universität. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hierbleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas verfläumen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Doch. Stoff, Stoff, Stoff brauchen wir. Wow, da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, hier können wir nicht runter, also müssen wir da runter. Kein Alkohol? Kein Alkohol. Verwarnung, bevor wir euch auf euren Ersten hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Guten. Guten. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird ver- Ah! 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 Scheiße, wie soll man bei all den Haken hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Scheiße. Ihr wart das. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Ah! Ihr da! So. Wir sollten aufhören zu töten. Wir sollten nicht aufhören zu töten. Der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass die Zeit dringt. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Ach! Lass es doch hier! Ist das überall so? Hm. Hier ist noch so ein... Äh, schon mal. Hä? Habe ich hier nicht eine Fackel gesehen? Hier ist auch wieder was. Ach. Hm, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Diese haben wir hier einen Stock gekriegt. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Oh Gott. Geh sofort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh Herr, Herr. Oh, die Niederzeit so leicht. Du hast mir das mal vorher einer gesagt. Tut mir leid. Man, du sagst, ihr hängt die Hände. Oh nein. Oh. Was ist das? Ja. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Sie wurden alle hingerichtet. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missabgetan hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne sie sind wir auch für ihre Fahrt. Hm. Wo soll ich nur lang, vielleicht unter dem Galgen durch? Oh. 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 Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. war. Oh. Ach. Oh. Soll ich das nicht so gut machen kann. Das klebt nicht. Was ist da unter... Nicht hin... Das klebt. Okay. So kommen wir weiter. Hier ist eine Sackkasse. Ja. Verschlossen. Wenn Melli jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. So. Hier ist wieder dran. Komm schon, Kumpel. Nur ein paar Münzen. Ach nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Das wird dich leeren. Hm. Steine. Oh. Was ist das? Nimm mal die falsche Taste. Wasser. Ein Fenster. Perfekt. Dann nichts wie weg hier. Magister. Das Episphanguis. Mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odris. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episphanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Tja. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episphanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es, hm... Bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hinternpatrouille laufen. Hehehehe. 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 Episphanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Wollen wir die an uns gucken? Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Ach, noch mehr Tote. Mh... 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 Also das ist Episphanguis. Gut. Episphanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, Lukas, das hier ist für dich. Achso. Okay, okay, okay. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Loll, man kann das auch aufbessern. Inferno-Molitionen, Lenken mit Gegnerin. Mit verbesserten Werkzeug kann Nils hier Werkzeugen Inferno herstellen. Dank der verbesserten Werkzeugtour, man kann das so stark beim Brennen. Schießt einen Stein mit ihrer Schlöger, siehst du einen Helm. Das ist geil. Hm, nein. So, wofen werden. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Ich brauche. Und ich brauche etwas, an dem ich einfachen. Wir machen das so, ich brauche. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Bine geht's. Ich brauche das so, ich brauche etwas. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. So? Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Habt ne Idee. Soll ich es vielleicht da hin? Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ich muss sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie nicht lange zurückhalten. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Jetzt die Laterne. Schnell! Ja! So. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Langsam, langsam. Stetig. Achso. Das war äußerst diskret. Geht. Gut. Gut. Nur noch etwas weiter. Oh. Na bitte. Es geht doch. Du schaffst das. Oh. Na bitte. Hilfe. Hilfe. Muha. Oh. Verhältnis. Mit kleinen flachen Holzteilen trennen die verschiedenen Kuranten die in Wildner. Sodass die länger unförmisch bleiben. Und andere hören. Weißen nicht mehr. Lieber nicht. Mein Gott. Was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe. Dein Buch ist nicht hier, Lukas. Aber ich würde sagen, das machen wir morgen, weil es sieht wieder so aus, dass es wieder sehr, sehr ruhig wird und gleich wird es wieder hektisch. Das heißt also, wie wir beenden den Party, also ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, dass es morgen geht es weiter und ja, bis morgen. Also, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.